ja ich hab's gerade durchgezogen warte warte noch ein bisschen Pulver hier weiß es und die Schnee da zieht sich in der Schule Lehrer sagte Putz in der Nase und wie das geht nicht ich hab noch weißes in der Nase von gestern mit PC auf Prozent Schluft-Katzen-Lust durch die Lieblings ich bin gut bei mir doch abholzen und hinstellen durch nichts zu tun die Prozent die Städte ich bin ungefähr sein nicht ausgeschlossen 5 Uhr bin ich war die Art Schule im Bus Prohe ich habe mit Prozent acht Stunden Scheiß-Württemberg nun nur gefeiert ja nun 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 wir haben nur wir haben ein nun er die sich und wenn ich die Mauer geht deine kohle ich glaube wir machen gleich eine aufnahmere pause ich will penne echt? sonst schlafe ich gleich auf dem pc ein du hörst bloß noch BOOM ist der Kopf auf dem Tisch eingerastet weißt du was? ne scheiß ich wollte eigentlich von der ohr weißt du war so ein berg und ich wollte nicht runter springen ich wollte erst essen und dann so johle schreien und dann Runterspielen und dann was hab ich gemacht hab nach oben geschaut und bin runtergefallen das ist nicht ein Haus oder? was? was ist das? was is das? was? keine Ahnung ich hab hier so ein Haus gefunden mpc du nicht nö ne ne irgendwie so ein Haus was keine Ahnung ich bin so dumm war so dein eigenes ich kenne sich aus dem spieler erkennt euch einstens von der seite kamen zweitens ist an an uns texte schon ausgefunden und weiterscheiße so aus Schockenbocken steht in dem Ort gut ich bin nicht mit geilen also zu müssen haus und den ich bin doch schon ja das ist schon ist es ist nicht ich bin auch gleich ich bin zweimal in minecraft und auf der tastatur also leute wenn das dumpfes geräusch kommt da ist eingeschlafen da ist auf dem tisch eingerastet es geht dann ungefähr so dann müssen wir uns einfallen lassen dann kommen sehr viele zahlen in minecraft zu dem chat ja auch zu probieren klicken zu so was diese zum Beispiel es geht schon mal das alle langsam n vor allem mal ganz kurz in stand by wurde ist die Brücke hier gut Brücke wo ist eine Brücke hier so zu fahren alter die Löcher die nein ich hab nicht das normale du hast sicher Holz nein ich bin arm ich hab nichts was brauchst du denn normales Holz ein Schildes hier guck mal hast du eine Leichtströmung 40 50 da liegt doch was ich weiß nur den Sohn das Kleidermann Ruhl war ja auch für immer man hat die Liga und das was von mir die Stürmer mitfragte Farbe auch die Klinik in Blumen hoch und die Blume die Lester liegen hier in den die Spiegel es ist noch ein Appel gehen sie weg gehen sie weg ich glaube ich puste bis hin zu fest ins Mikro ja jetzt schon ja für Ausflug das ist kommt nicht so vor ich glaube das ist hier aber überhaupt Alter ich weiß was ich irgendwo hinschreiben in der Beschreibung sondern hier auch mit letzten Faden Nein ich glaube es ist nicht was da redet schon so leise was ist mit mir bin ich bisschen zu leise bisschen zu laut das ist gerade extrem leise gerät das weiß ich gar nicht genau wo ist schon wo ist schon mhm mhm genau mhm 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 das hier und dann auf einmal dengsten so scheiß ich hoffe ich bekomme das hin da macht man nicht kinder so gut besuchen das ist für lange dauern könnte das alles zusammen sie kriegen mhm das ist ja scheißegal weil da sind wir ja noch in folge 20 und nicht immer noch hier fahren und ist ja egal wir lassen es ja Zeit mhm 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 s mhm mhm und ich muss schnell gewesen heute Abend mit ganz coalition fertig von Prozent am Ende machen wir müssen den Ende hat Camera müssen wir auf die Sitzung nur ein Kumpel noch ein Ort ist jungen und ich habe von figeln machen Ja, alles. Ein Holzschwert. Alter, was? Ja, ja. Ist ja voll die Oberprobe. Ja. Das kannst du den Drachen nicht antun. Doch, doch, das geht schon. Der lacht. Der lacht dich aus dem Rentschrein weg. Oh, ja. Nein. Doch. Nur weil ich... Nur weil ich... Nur weil ich... Sorry, also... Oh, da hab ich abgelenkt. Ob auch sowas von... Ah, da hat man mit hat keiner gerechnet. Nein. Ich hab zwei Pfeile gefunden. Juhu. Ich bau grad zu den Scheiß, krass, misan. Ich hab zwei Pfeile gefunden, eigentlich schon. Eins. Zwei Stacks. Und zwölf. Na ja, so bin ich gerade gewählt. Oh mein Gott. Koppelis, Hammond, eins, zwei, drei. Stacks und 46. Nee, tut mir nicht. Fünf Stacks und 46. Kannst ja mal so ein bisschen sagen, was der... So ein bisschen an sich hat, was es da eigentlich alles gibt. Aber der juhu, juhu serfer und zun zun macht und meine zun keineaccorden. Oder was? was ist auf dem Server aus unserem Server was kann man da alles machen von Fahnden da kann da kann was kann man da eigentlich da kann man jumpen ran machen was ich auch noch nicht hingemacht da hingekriegt hab ich hab das seit probiert und ich habe es oft gegeben weil ich bin nicht so der jumpen ran typ ja und er ist der Duschlauftyp genau der Duschwascher Survival Armour was jetzt auch geil gebaut wurde ja ja da gibt es nichts zu mecklen das gefällt mir sehr 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 gut ja man ist voll erotisch ach komm ich weiß nicht wüsstest du willst es doch auch oh ja du willst doch einfach nicht auf den Punkt ja und PvP oh das ist so was von geil und so ja das ist richtig cool 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 ich finde es auch ich finde PvP extrem geil weil man in Survival kann man sich seine Werkzeuge und so craften und alles halt muss muss man sich weiter bauen und dann kann man in PvP betteln gehen und dann kann man da gewinnen Sachen gewinnen gegen andere zum Beispiel er spielt mit Eisenschwert ich gewinne ich bekomme das Eisenschwert von ihm und kann das dann da in Enterchest speichern wenn ich noch dahin bekomme ohne zu gekillt werden unterwegs und dann kann man halt da seine Sachen drin ist helfen und dann hat man das für PvP oder so das finde ich geil oder man kann sich im Shop halt kaufen mit den Punkten und die Punkte bekommt man nur in Home wenn man dann da ja Sachen spielt wie Jump'n Ones schafft und genau so was das finde ich und und was ich eigentlich noch sagen wollte Alter was will ich denn da jetzt schon wieder sagen oh schlimm nein ist weil der Nether geht ja bei uns nicht haben wir ausgestellt und haben ja dafür den Shop da könnt ihr euch das kaufen alles was in Nether ist in Quartz und Nether Bricks oder was auch immer äh ja 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 das haben wir vergessen zu sagen und das ist auch eine gute Sache das mit dem Geld und so weiter das hat schon sein Sinn ja mhm aber die Sprache Sprache Erde hab ich nicht brauche selber welche ich weiß das mir hätte im Kopf was ich bin schon dran die Wolle auf den Berg da hinten auseinandernehmen was doch n das ist ein Bär ne den kleinen Hügel hier vor mir den kleinen Ugemie so oder muss ich dann doch auffusten müssen ach was ich mach was du willst na mach scheiße ich versuche 10 Tieren zu machen nein warum hast du immer ein schlechtes Gewissen wenn ich mit 10 Tee komme ja das ist bei dir wenn du Feuerzeuge dran hast oder 10 Tee dann am besten weg wieso das hab ich nicht gemacht man ich mach nix ich bin voll lieb ja hat schon mal Haus weggesprengt ungewollt ja das war aber anders sie können ja den Leuten mal sagen wie das war das war eigentlich so wir waren auf einem Server wir haben zur Weile gespielt das war auf unserem Server sogar wir haben Survival gezockt und auf einmal hab ich mir so gedacht hmm komm ich geh den meinen Freund halt ein bisschen trollen nicht den Fluffy nein den anderen den Michi und dann hab ich den bisschen getrollt er ist bei mich zu kommen er hat meinen Haushalt getrollt und das mit 10 Tee und dann haben wir gesagt okay jetzt Frieden und Bohnen alle drei zusammen bauten dann zusammen ein schönes Kreis Dorf und ich habe natürlich wir wollen in den PC Dorf sie mir hingezogen auf Deutsch gesagt ja das war das Wort das war danach und was dann auch ja vorhin war ja das Haus wo ich noch so echt hoch gemacht habe ach auf dem Berg war das so glücklich ja ja und ähm so dunkel geht's na mach jetzt komme ich grad von zu Hause ja und wir haben wir haben dann da gezockt und auf einmal hab ich mein Haus so echt klein gebaut und ich war da nur am Baum bauen und die anderen haben sich bestimmt schon so gefragt so was bauten damit so ein kleines Haus und meine Tür war mit Passwort geschützt von Redstone und ähm es war echt gesichert es hatte Doppelwände und ja das beste war dann das kam erst geht's ja man ich bin mit TNT wieder mal in sein Haus ich bin mit TNT